okay das können wir nicht nehmen baby on board na 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 ja die drei von der tankstelle ja die drei vom baby von heute heute erstmals zu zweit hier mit unserem dreierpanzer hier der bamba muss gerade sich um sein nachwuchs kümmern muss die brust hinhalten quasi die rekruten versorgen ja zukünftigen ja also mit leitpanzern habe ich echt mal keine ahnung langfahren das ist dann ist es ja wie mit allen anderen auch ja siehst du wenn du platzt unterwegs dann weißt du diesen weg solltest du nicht mehr nehmen denkt an den hügel dahinten wo tds rum kamen die gar nicht im spiel sind genau ich lebe noch ja hast du die brust gegeben ja hier komme ich ja nie mehr zu euch wieso nicht gibt dir mühe echt ach ihr seid da außen rumgefahren da ist er bereit zu feiern gugou 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 aua da außen bambam lehre gleich gugou ja kommen seine mütterlichen gefühle durch da kommt ein 1c hinter euch ich konnte ihn nicht stoppen schweinkram da hinter uns näher willst du den artis ich habe ihn gekriegt diesen bösen bösen werft den porschen auf den poden hihihi 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 hu oh 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 steht noch was auf dem hügel ja werden wir gleich von der seite aufgefuttert oder wie mhm kann sein wollen wir auf den hügel rauffahren ja oh schon wieder einer hinter mir führst du rechtlich links nein beide rechts wenn das rechts ist ok ich habe ja korrigiert fahrzeug zerstört schön ach das sicher jetzt erst wäre ja fast ein kriser geworden oh ja tatsächlich dann musst du nicht wenn du überlebt hätten wir auch noch waffen bruder gekriegt vielleicht mal bloß zurückgeblieben ne mhm die wollen sich alle die arti nehmen ja sehr schön schön tja so muss das jetzt haben wir ordentlich aufgeräumt hier ne ah 30 kills also jetzt hat der commander witzig ich hatte jetzt auch verstanden hier wie das geht ey sehr schön wir haben noch äh oh entscheidender beitrag entscheidender beitrag man 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 jetzt steht immer vor wir hätten noch waffen brüder und äh seger noch den krieger ey wahnsinn hammer schönes wünsche ja auf jeden fall sehr nett gut dann äh hoffen wir mal dass das so weiter geht bis zum nächsten mal tschüss tschüss ja